Hallo zusammen, willkommen zurück zu Engjör mal wieder. Heute geht's wieder weiter mit den Direktiven und zwar wollen wir uns heute angucken, was eigentlich passiert, wenn wir hier zum Beispiel einen Mausbefehl irgendwie empfangen wollen. Also zum Beispiel, wenn wir mit der Maus hier drüber hauern oder sowas, dann soll irgendwas passieren. Das ist ein bisschen geiler, als wenn es nur so statisch ist. Im Endeffekt habt ihr das alles schon gemacht, ihr habt das nur halt bislang nicht in Direktiven ausgelagert. Das Tolle aber an Direktiven ist, ihr könnt sie mehrfach verwenden. Das heißt, ihr habt nicht nur eine, also quasi die Möglichkeit, das für eine Komponente zu machen, müsst das quasi immer copy-pasten, sondern ihr habt halt die Möglichkeit zu sagen, okay, meine Direktive, die kann ich in jeder Komponente anwenden. Das ist halt so praktisch an diesen Direktiven und deswegen zeige ich euch das Ganze auch noch. Cool. Ja, wir wollen dieses Mal einfach hier angehen und zwar wieder, wenn wir über unser Listen-Element fahren, das App Flashy heißt, dann wollen wir sozusagen hier dieses Grün triggern. Wenn wir wieder rausfahren, dann wollen wir es eben lassen. Dazu müssen wir ein bisschen was importieren. Wir haben ja schon Direktive und Element-Rev importiert, jetzt wollen wir auch noch den Host-Listener importieren. Und der ist genau für sowas zuständig. Der macht eben exakt das. Er hört quasi zu, ob jemand mit der Maus über das Element fährt oder halt auch nicht. Und je nachdem macht er halt irgendwas und irgendwas müssen wir noch schreiben. Gut. Also was ist irgendwas? Naja, wir sagen hier Add Host-Listener. Host-Listener. Da war es eigentlich gerade schon. Und jetzt können wir hier den Event sozusagen einfügen. Und hier seht ihr auch schon, was ich gemeint habe mit der IDE, dass es eigentlich super praktisch ist. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ihr wollt einen Klick und dann ein Event-Target oder sowas. Also je nachdem, was ihr eben für einen Klick haben wollt. Beziehungsweise worauf ihr das haben wollt. Und dann zählt ihr sozusagen einfach immer die Klicks hoch und gebt dann am Ende aus, was das genau macht. Wir wollen jetzt allerdings keine Klicks empfangen, sondern wir wollen einfach nur Maus-Enter empfangen. Maus-Enter. Dann sagen wir hier onMouse-Enter. Eigentlich schreibt sich das groß. Normalerweise würde man hier, wenn man der Konvention entsprechen würde, immer alles groß schreiben. Genau. Und dann sagen wir hier, okay, was soll passieren? Naja, wir wollen das Element hier irgendwie verändern. Das heißt, wir wollen sozusagen das Punkt Flash machen. this Punkt Flash. Und zwar, wir wollen die Farbe grün benutzen. Green. Okay. So. Nächster Schritt wäre, wenn unsere Maus dann eben... Ja, machen wir erstmal die Flash-Funktion. Die Flash-Funktion vielleicht vorher, damit wir hier nicht die ganze Zeit einen Fehler haben. Wir machen das Ganze private, weil die braucht ja niemand außer uns hier. Also außer dieser Direktiven greift keiner auf die Funktion Flash zu. Das heißt, wir sagen hier Flash. Und das Ganze wird als Color übergeben. Und die Color ist vom Typ String. Logischerweise haben wir hier gerade so festgelegt. Also grün wird einfach als String übergeben. So. Und dann machen wir eben im Endeffekt genau das, was wir hier gesagt haben. Wir sagen, unser Element soll... Achso, richtig. Das Element, ja, das passt so. Das Element soll dann eben verändert werden und soll hier nicht grün werden, sondern eben Color werden. Also der Hintergrund von diesem Element soll Color werden. So. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch verändern, indem wir hier sagen, wir müssen auch auf dieses Ele drauf zugreifen können. Das Ele haben wir hier oben. Also sagen wir hier einfach private Ele. So. Und hierdurch definieren wir das Ganze Ele hier sozusagen als Klassenvariable. Das heißt, wir legen das einfach für die ganze Klasse hier fest. Dann müssen wir hier unten noch sagen, wir hätten gern this.Ele verwendet. Und ja, jetzt brauchen wir noch die andere Variante, nämlich wenn wir von der Oberfläche oder von unserem Element wieder rausgehen. Das heißt, wir wollen hier ein... Okay, manchmal ist es nervig. Ich gebe es zu. Manchmal ist es ein bisschen nervig. Wir wollen das machen, wenn wir die Maus nehmen zum Verlassen von unserem Element. Dann sagen wir hier einfach OnMouseLeave. Und jetzt muss ich das hier wieder anpassen, weil wir der Konvention entsprechen wollen. Das ist eigentlich was Negatives, ne? Irgendwie so negativ behaftet. Wir wollen ja Konvention entsprechen, aber es hilft dadurch, dass man hier eben alles ein bisschen besser lesen kann. Okay, this.Flash. Und wir übergeben hier einfach ein Null. Ähm, ja, nicht ein Null. So ein Null. Weil wir dadurch im Endeffekt sagen, hey, keine Farbe, mach einfach mal irgendwas anderes. Und dadurch ist es quasi halt einfach wieder weg. Okay, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sehen hier, wenn wir drüber fahren, dann passiert irgendwas. Und wenn wir eben wieder wegfahren, dann ist es wieder weg. Und das ist super fast hier alles. Und alles überhaupt kein Problem. Deswegen ist es eigentlich eine sehr bequeme Taktik, um das Ganze zu machen. Und das Praktische ist, wie gesagt, ich kann das jetzt hier machen für alle möglichen Komponenten. Das ist nicht auf diese eine Komponente festgelegt. Sondern ich habe halt einfach diese Direktive. Und die ist überall drin, wo ich das gerne haben möchte. In jedem einzelnen Element kann ich diese Direktive verwenden. Was halt super geil ist. Und wenn ich hier irgendwas an der Direktive ändere, sagen wir mal, ich habe keinen Bock mehr auf grün und möchte, dass jetzt meine ganze Webseite redesigned wird. Und ich gebe dem einfach ein Rot. Dann ändere ich das einmal und es wird für jede einzelne Komponente übernommen. Und das ist halt super praktisch. Ihr seht es hier. Bam. Super geil. Okay. Ja, und das ist sozusagen der ganze Trick von diesen Direktiven. Und der ganze Sinn auch hinter diesen Direktiven, dass ihr alles auch ein bisschen auslagern könnt. Wiederverwenden könnt. Im Endeffekt genauso sinnvoll, wie Funktionen auch sinnvoll sind. Gut, ja, wie gesagt, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.